Hey, 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 der freundliche Impostermann aus der Nachbarschaft dachte sich mal, ja, ich hab wieder Bock auf Asche und Kollegah. Okay, Asche featuring Kollegah Suicide. Let's go. Falls ihr euch denkt, Mann, da hat Kollegah wieder absolut abgerissen, dann gebt dem Video nochmal einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Hier wird scharf geschossen, Kugeln in den Körper deiner Artgenossen, Rapper machen Popper bei die Straßenbosse, schlagen wie der Welle wie ne Walfischflosse, hart gesotten, aber mittlerweile muss ich bei dem Markt gekotzen, jeder Nagel rostet, aber Kollegah, der Boss hat immer noch genug ein Hätte, da zum Penner Rapper Tillich geht ins Haag rein poxen. Alter, was ist das denn für ein geiler Blow, hey. Hier wird schnisch abgeschossen. Das ist so geil. Alter, ich feier das gerade übelst, wie vorne da abgeht. Alter, wie geil ist das? Bruder, das Video ist bis jetzt auch ein absoluter Blockbuster. Also klar, man versteht vielleicht nicht alles vom Text, weil ein Kollege halt so durch den Flow rattert. Aber klar, das Video macht das halt noch extra geil, finde ich. Also mir gefällt's. Nein, warte, warte. Was hat er nochmal gesagt? Ja, warte. Angstschweiß fließt. Okay. Und Blutwein tropft, denn ich treffe mit der Kugel deinen Kopf. Ander kann man kill der Corrado, die bei den Superbösen. Ich steig hab ihn kapiert, wie der Suicide Squad. Und Blutwein tropft, denn ich treffe mit der Kugel deinen Kopf. Da 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 Suicide Squad. Alter, wie geil ist das? Also ich war es, ich war es übelst. Böse büte wie der Suicide Squad. Böse büte wie der Suicide Squad. Böse büte wie der Suicide Squad. Der unbesiegbare Asche, wie es scheint. Aber gar nicht, das ist geil. Das ist halt wirklich geil. Wurde im Top. Da 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 da. Superböse büte wie der Suicide Squad. Das ist, das ist nice. Das finde ich absolut geil. Das ist ne geile Hook. Und da kommt wahrscheinlich der Part von Asche, würde ich mal sagen. Warte. Muss wieder ein bisschen zurückspulen. Das Video ist absolut geil. Ohne Spaß. Vor allem Asche kann scheinbar nicht sterben. Also er kann nicht erschossen werden. Scheinbar Asche ist sowas wie ein Super Cyborg. Also Mäuse. Ich würde aufpassen. So ist angeboren. Sehr dauernd Blick. Leider 1 zu 1 und 1. Wer traut sich? Hab ne Alte in der Küche, die den ganzen Tag mit Lappen, Protein, Pulver, Partikel von dem Herd aufwisch. Guck, ich wickel die Bandagen um die Finger, esse zicker sieben Kilo von dem Rinder mit der Lung und hab immer noch Appetit. Erledige die Liegestütze, packe meine Tasche, geh dann Oberköpfer frei mit deiner Mutter zum Dinnergewinn. Er geht in Kommandant, ich liebe Befehle, bedauere keine Liederlage. In der Kitterbusch, ich lehme wie ich Gewehre, zerlege statt einer Lego-Hackete. Und sollte ich dich am AKO schlagen, das Herd auch nicht. Bei diesem Werbo-Wie war es, wie cool ist, wie cool er da so geschaut hat, das war auch nass. Das ist aber auch absolut genial. Oder wie ich dich einfach mit dem Video abgehen. Hab ich gelaget? Ja, ich hab auf jeden Fall gelaget. Das kannst du nur laggen. Oder was ist das für ein geiles Ding? Ach du Scheiße. Mann, 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 guck dir diese Sauerei hier an. Geistes Schauspiel. Ach du Scheiße. Mann, 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 guck dir diese Sauerei hier an. Denkst du dasselbe wie ich? Typisch Toni. Typisch Toni. Ach, okay. War auf jeden Fall absolut nice, das sage ich nicht. Ich hab die Sauerei so absolut gefeiert, Alter. Hat man das gemerkt? Ja, auf jeden Fall absolut geiles Ding.